Ich glaube, ich würde mir noch was Weihnachtliches reinziehen, weil heute ist der Weihnachtstag. Jawa hat ein Video hochgeladen und das heißt, YouTube-Kacke, Kevin allein zu Hause. Und da ist mein Gesicht in der Ecke drauf. Da gucke ich aber gleich mal rein. Das gucken wir uns jetzt gleich an. Ich gehe mal ganz schön Pipi machen. Ich gehe ganz schön Pipi machen. Eine kleine YouTube-Kacke. Ich gehe ganz schön Pipi machen. Ich beeile mich. Junge, ich bin über eine Katze gestolpert. Ich komme aus dieser Tür raus, Leute. Ich komme aus dieser Tür raus. Vorm Container. Auf einmal liegt da eine Katze im Dunkeln. Und ich bin über die Katze gestolpert. Hat mir fast die Beine gebrochen. Die Katze hat keinen Muck von sich gegeben und ist aber weggegangen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe die volle getreten, aber scheinbar hat die das nicht gestört. So. Let's go. Ma'am, ma'am, hey, Junge, du wirst mir zuhören. Wer hat der gesagt? Ma'am, ma'am, hey, Junge. Irre, Junge? Junge, du wirst mir zuhören. Irre. Nein. Peter Coffin und seine Familie sind hier. Es geht hier verrückt zu. Bald, bald, bald. Er tut es und ich fahre nach Ma'am. Ma'am, na? Wann fahrt ihr denn? Du hast noch nicht gekackt, oder? Natürlich. Du hast doch nicht gekackt, oder? Onkel Frank sagt, er will sich anzünden. Und wieso ich nicht? Kevin, ich bin ein Telefon. Kevin, ich bin ein Telefon. Okay, du hast mir doch hoffentlich ein besorgt. Nein, dazu hatte ich keine Zeit mehr. Hast du das gehört? Der alte Marley. Wer ist das? Hast du noch nichts vom Schaufel? Ist er von South Bend gehört? 58, 119 hat er seine ganze Familie assistet. Und die Hälfte der Leute in seiner Straße. Mit einer Schneeschaufel. Sag gute Nacht, Kevin. Gute Nacht, du blöde Kuh. Oh nein. Tut mir leid, dieses Haus ist heute verrückt. Es laufen heute so viele Kinder. Roman Ohio ist heute aus meinem Schwager gekommen. Hoffentlich sehe ich nie wieder einen von euch Landburen. Wir haben Schloss. Wir haben Schloss. Oh nein, es lauft. Haben wir den Flug verpasst? Leider. Nein. Wo seid ihr denn alle? Wo seid ihr denn alle? Was? 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 Ja? Ja! Habt ihr mich gehört? Ich habe keine Angst mehr! Was machst du? Ich habe ein Schrausch. Irgendwas. Dass etwas gekackt wurde. Ich habe ein Schrausch. Irgendwas. Dass etwas gekackt wurde. Vier ausgeschaltet? Nein. Hast du geschissen? Hast du geschissen? Ja. Nein, das ist es nicht. Kevin! Der Käpt'n kackt, was er kann. Hahaha. Der Käpt'n kackt, was er kann. Oh Junge, du musst das hier bezahlen. Halt die Klappe, du blöde Kuh. Junge, hey! Halt's nicht! Ich bin ein Becher. Ich bin ein Becher. Ich bin nicht verrückt, Harry. Was macht das nie wieder? Ich bin nicht verrückt. Hey, pass auf! Aaaaaaah! Du musst besser auf den Verkehr achten, Junge. Was soll das, du scheiß Idiot? Es fängt an zu rennen. Wenn diese Wichser zurückkommen, werde ich vorbereitet sein. Ähm, sprechen Sie Deutsch? Parallel-Allmann, hast du jemanden erreicht? Parallel-Allmann? Ich suche meinen Soest. Sind diese Mikrowellen essen denn gut? Falk deine Mom. Ich probier's aus. Ja! Nicht so tief, Brüdiger, nicht so tief! Nicht so tief! Es ist alles voll Scheiße. Es ist alles voll. Es tut mir sehr leid, aber es ist heiliger Anus. Es ist heiliger Anus. Entschuldigen Sie, es war nicht zu überhören, dass Sie Erkanntes haben. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Oh, Linsky. Die Kanosche Fickes? Hallo! Ich dachte, Sie hätten vielleicht Kant erkannt, jedenfalls. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Hey, die Schuhe sind scheiße! Danke. Verdammt, wie tief kann man noch sinken? Sogar der Weihnachtsmann kriegt einen Schinken am Weihnachtsabend. Nikolaus, warte! Jeder, der zum Nikolaus kommt, kriegt irgendwas. Hier. Wenigstens etwas. Witter, wait! Bist du, Cock? Man weiß nie. Jetzt sei ein braver kleiner Junge und öffne die Tür. Oh! Oh! Ha 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 ha! Stammt! Ghostbast! Giugn! Decken! Komm an! Das mach schon! Okay, Kevin, es tut mir nicht leid. Hi, Kevin. Ich find's der Heul, dass du das Haus nicht abgebrannt hast. Was hast du noch gemacht, während wir weg waren? Ich habe Milch, Eier und was für weiche Wäsche gekriegt. Was? Was für ein lustiger Kek. Was für ein lustiger Kek. Wollt ihr zuweilen? Aaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Ich bin Kevin McCallister, 671 Lincoln Boulevard. Mein Name ist Walter Hartwell White. Ich lebe in 308 Negra Arroyo Lane, Albuquerque New Mexico. Du wärst ganz schön traurig, wenn du morgen früh aufwachst und hättest keine Familie mehr. Nein. Welches Geh.... Sind Sie schon jemals in die Ferien gefahren und haben Ihr Kind vergessen? Nein, aber ich habe mal eins im Beerdigungsinstitut vergessen. Und dann, als wir abends hinkamen, wissen Sie, als wir wieder etwas zu uns kamen und er war tot und wir gingen weg. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Junge, 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 Junge. Junge. Das hat mich gut zum Lachen gebracht. Das hat mich gut unterhalten. Das hat mich sehr gut unterhalten. Das war ein sehr gutes Video. Wenn Ihr mehr von solchen sehr guten Videos sehen wollt, dann schaut bei Jawa vorbei. Der ist sehr, 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 sehr YouTube-Kacke gemacht. Schaut gerne rein. Lasst die Liebe da. Lasst Küste da. Lasst Grüße da. Okay? Und jetzt sind wir hier ein guter von Hilfe. Das stimmt. Oh, so kannst du jetzt.